ach du kacke ach guck mal jetzt hab ich auch zwei das ist halt doch schon mal schön ich hab mir doch einen, einen Energie nicht mehr alle Energie ok nein oh nein das ist so schlecht das ist so schlecht das war überhaupt nicht schwer aber was sind Sarko's? die Unverwundbarkeit, die Flackerschauung die ist hier sehr sehr kurz die ist sogar extrem kurz ist jetzt nicht schlimm also bisher zumindest noch nicht gerade hat es mich getötet, ja so, leck mich ist eigentlich irgendwas? ich bin mir nicht so ganz sicher ein Schlüssel ich brauch einen Schlüssel ich mag die Tierchen, die wir hier finden die geh ich noch so Sesam öffne dich zerstör den Schlüssel genau Joimi, auch mal so ein paar Wiedelsteinchen? nein nur die dicken, glaub ich bisher, ne? ring, ring, ring ah, 150 ist schon echt viel, ey boh aha oh scheiße was? helf ich noch mal so ein Gerät haben, bitte? was? ja okay, man kann es nicht treffen man kann das aber höchstwahrscheinlich zerstören und boom so äh nein nein ah, okay, ich kann es mit der Zerstörung quasi aktivieren eine Sache passt ich da noch durch? na natürlich nicht wie auch? ich hab grad voll Bock auf zu crunchen frag mich bitte nicht wieso ich hab irgendwie, keine Ahnung, die Idee, dass man hier die Wand links sprengen kann ich hab keine Ahnung warum aktiviere dich bitte okay, die ist echt spät aktiviert ah, jetzt geht's nein, glaub ich hätte ja sein können aber kann ich nicht, ob ich sie nicht draufkriege, sag mal mach mal so hallo ah, schon wieder ein Schlüssel, ey da oben ist einer ist hier vielleicht was, um Förderband zu stören? ne, auch nicht leider nicht, leider nicht okay, das gibt's nicht so nicht man kommt auf jeden Fall wieder zurück, so wie es aussieht äh ja hm ach so okay so geht das wahrscheinlich coole Sache auf jeden Fall coole Idee jetzt darfst du auch ihn explodieren, genau booms so und der nächste schliebt so und der nächste schliebt so aber ich vergesse, Entschuldigung aber sehr düsteres Level vergleich zu den anderen, die wir bisher hatten, ne? äh fire so so ich werde gleich erstmal richtig schön hier, der Zimmer sauber machen, ne? komplett, du tust die komplett hier so den Staubwischen und so, ich hasse den Staubwischen eigentlich, aber ich find's immer schön, wenn's erledigt ist so achso, ich brauch dann nochmal die zweite Bombe okay okay sie kennt die Reaktion, perfekt sehr schön was zum Teufel ich bin so dumm, was mach ich denn da, ich bin ein Spacken vor dem Herren äh, fass mal, ich muss ja selbst ja mal kurz überlegen, krieg das denn jetzt hin scheiße oh gut warte mal, hä? ich kann ja gar nicht auf die Bombe draus springen, ne? das war ja so meine Idee eigentlich, dass ich dann den hier mach, aber nein, ich kann den hier machen und dann brauch ich hier oben ne neue Bombe oder? ne, doch nicht ich hab, was hab ich grad falsch gesehen, Entschuldigung ich muss mal zurückgehen, irgendwie hab ich grad irgendwie einen Knoten im Gehirn und ich war zu erpicht darauf, dass man hier irgendwie achso ich bin so, ich bin echt so, oh Gott oh Gott, bin ich hier nicht ja, mein Fehler, also ich kann den nochmal rüber schmeißen, weil ich zu lahmarschig bin eigentlich schön, so, bis schon mal da hin so ein einfaches Rätsel, ich komm nicht aufs D-Lösung tut mir leid Urlaubsmodus halt, die hier ist aus oh, scheiße die hier ist alles ausgeschaltet Hilfe so brrrr geb ich auch was so, dritter Schlüssel da hinten schon irgendwas erkennen ich brauch Puzzleteile das gibt mir sonst keine Ruhe ich wie ich die nicht hab so, jetzt mal ein Schluck Kaffee ach, yo, okay damit kann man vielleicht natürlich schon so ein bisschen was regeln von wegen, äh Traubensteine, wollte ich sagen das ist halt twice the power ja, wie soll ich jetzt an dir und hier, da oben ran kommen Kollege ah, okay ich habe verstanden so ich gehe nochmal da hin hey, Nummer 2 das ist so drauf es ist viel zu wenig ja, das wäre natürlich schön gewesen wenn ich da als noch hier mein Räumel da gehabt hätte nein, weg noch nicht hoch äh, Total Destruction, okay äh oh, ich gehe ich dafür Trauben oh nein, ich habe es nicht verkackt, oder? da kommen wir auch nicht, ne? ja, ja ja, ja fein gemacht so, Nummer 3 wäre doch schon mal was das macht aber echt Bock, das Spiel muss ich wirklich sagen, also es ist echt cool wobei es noch ein paar andere Challenges auch dabei hat auch wenn es halt vielleicht nur Edelsteine sammeln ist aber da muss man halt auch gucken wo sind Edelsteine wie kann man da jetzt am besten ran wie gut muss man vielleicht auch diese äh, temporäre doppelte Geschwindigkeitszeit nutzen man weiß äh wollte ich das? wollte ich das? holy shit okay, eventer holy field eventer holy shit ich sag mal, der dunkle Quale wird mir jetzt nicht, äh, wehtun, oder? I hope das Schöne ist halt wirklich, äh, ich muss nichts drücken, ne? also, äh, wow man sollte schon gucken, dass man halt nicht stirbt aber ich muss halt nicht nach vorne zeigen zum Springen so, ich nehme den Schwung quasi mit meiner Plattform mit ich finde, sowas finde ich immer sehr angenehm Hilfe, oh Gott, oh Gott okay okay, 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 okay ha Nummer 4 achso, ich dachte, es geht ein bisschen schneller runter ich hab echt, glaub ich, mega wenig, äh mega, mega, mega wenig von den Edelsteinen, bisher von den Traumsteinen hey oh, oh ah, nee, oh, oh nicht, oh, oh was machst du hier? was ich hier äh, was geht dich das an? du fühlst doch wieder nichts Gutes im Schilde äh naja wie auch immer krieg mich doch ach, ich will dich schon wieder fangen was ist das? ich brauch auf jeden Fall, auf jeden Fall brauch ich, äh, ich hab mir noch Puzzleteile das wär schön äh boah, soll ich das einfach abschmeißen, oder? oh ach, du scheiß, ah, die schießen ja auf mich das hab ich ja gar nicht gesehen, aber oh lecku mio what the dog hat mir einen super-serge-modus dazu machen ach, ich will, das war so clever von mir, wow ich bin der klügste Mensch auf der Welt, ist wahrscheinlich kann ich hier auch schmeißen guck mal hm hey das ist gar nicht nett und, was hältst du denn davon? ach, weiter geht's oh Gott sei Dank, das Level darf noch nicht schön sein, wirklich nicht mir fehlt ja noch viel zu viel ah, ich häng die ganze Zeit mit meinem Headset-Kabel fest ich hab immer Angst, dass ich irgendwann das Kabel rausreize aus dem Headset selbst das wäre nicht cool fang ich mit dir an unten auf jeden Fall nichts, okay ich hab hier übrigens auch gar keine Probleme mit meinem Analog-Stick-Höfe ich verschwinde ja die Dinger das ist aber cool animiert, finde ich Analog-Stick kann man auch steuern, aber ich spiele die ganze Zeit mit dem Steuerkreuz du hörst dich halt so bei 2D-Spielen, ne find die echt dringend ist oh Gott jawoll ach nein 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 okay, ich werd kommt das nochmal ah 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 okay Patatas also ich hab jetzt, äh wie viel hab ich jetzt? ich wohl nicht grad also einen, einen hab ich bisher erst übersehen so wie es aussieht ah schön verkackt, egal immerhin hab ich 3 extra gekriegt das ist so die dreifache Menge, dass ich da einfach kriege, oder? komm ja aber ein, ein, ein Schießgewehr hast schön gemacht, muss ich sagen so, was ist, was ist denn hier kaputt, sag mal okay, das ist mal einfach soll doch ein Ausweis denn ich darf ihn heute nämlich, euh ja ja ich verlenger der läuft nämlich in 3 Tagen ab je ja, ja er läuft nämlich in 3 Tagen ab ja ja euhh ja ich br6te nochmals so was zusätzliches dafür vielleicht nein Nein, 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 nein Noch ein paar Dinger hierfür. Soll ich nochmal jetzt? Fünf hab ich jetzt, oder vier? Ich mein fünf. Hab nicht geguckt. Fünf, okay. Oh, ja, mein trauriger Viech. Was ist das denn? Guck zu traurig. Ich weiß, dass ich keinen Status hab über die aktuellen Traumsteine, die ich jetzt hier in dem Level gesammelt hab. Ich hab irgendwie so wieder festgestellt, das ist ja jetzt seit, weiß ich, drei Projekten wieder mal eins von den Projekten, die mit 60 Frames laufen. Und dass das Render wirklich deutlich länger braucht. Ich komm ja nicht mehr zurück. Willst du mich verarschen? Okay, ich hab zwei übersehen. Dann hab ich zwei Traumsteine jetzt übersehen. Ist in Ordnung? Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, ein Nebenlevel 150 zu bekommen. Ich denk jetzt halt nur an dieses Grabbook da, ne? Sammelalbum. Füße ich nämlich nicht mit. Ich muss nicht mitnehmen, okay. Okay. Wupp. 150. Weiß nicht. Die Drei-Sterne-Tür. Genau. Wer kennt sie nicht? Ich mag den Pac-Man an seiner Mütze. Wobei ich die Charakter trotzdem irgendwie alle unsympathisch finde, ne? Das ist es also. Also immer noch sympathischer als Wayman, ne? Aber so ein Crash bevorzuge ich dann doch. Dann schalten wir ihn aus. Oder auch so ein Ratchet & Clank, ne? Jack und Dexter. Wobei Jack geht. Dexter ist cool. Aber Jack ist ja auch in Ordnung, nachdem ich Jack 2 durchgeballert hab. Ach so, das müsste reichen. Ich hab voll vergessen zu lesen, weil ich gerade überlegt hab. Aber das Level kann jetzt nicht zu Ende sein. Ich hab gerade nachgedacht, wo könnte ich denn ein Puzzleteil übersehen haben? Der Oberjähnische ist der nächste. Nein, ich bin doch nicht fertig. Müssen wir nochmal rein. Nun. Was soll ich machen, ne? Was ist denn, Käse? Nee, du hast gar keinen Grund, dich zu freuen. 144, das ist doch nicht zu glauben. Wirklich, ich hab zwei übersehen. Äh, alter, es ist schon hart mit dem 150, ey. Leck mich an der Fott. Huh. Okay. Ja. Normal, ne? Scheiße, boah, wo fehlte mir denn noch eine? Hm. Jetzt kenn ich das Level ja zumindest schon mal ein bisschen. Jetzt geht's wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber... Wo hab ich denn da einen übersehen? Also ich glaub, das... Bis ich zum ersten kann. Das war schon ziemlich langer Zeit... äh, Raum. Ja, ich werd hier nochmal gucken, klar. So. Und zack, zack, zack. Ne, da ist aber auch nix. Warum denn vielleicht irgendwo... Hat ich irgendwo noch eine Tür übersehen? Vielleicht einen Schlüssel bekommen? Und hätte vielleicht zurückgehen müssen? Hm. Ich... Können wir mir vorstellen, irgendwo vielleicht in einem Bereich mit den Förderbändern. Dass da irgendwo was war. Was ich vielleicht übersehen hab. Muss ich nochmal gucken. Fertig. Ein. Ich hab gedacht, vielleicht bin ich das hier auch in 101. einen anderen Traumstein. Könnt ja sein. Ich hab's runter. Danke. Ach, leck mich. Ich geh mir erstmal nochmal wieder hier unten lang.